Herzlich Willkommen zurück zu Resident Evil 2. Wir haben auf Screenshot mal die ganzen Sachen, die wir im letzten Part nicht einsammeln konnten, eingesammelt und schauen uns jetzt den Film an. Das ist sehr richtig, wunderbar. Ja, weil das hätte euch glaube ich nicht interessiert, wie wir da hundertmal hin und her laufen, nur um die ganzen Kräuter in die Kiste zu packen und die Kurbel aufzuheben. Und ja, wir haben auch jetzt hier dieses Maschinengewehr mitgenommen, was natürlich zwei Plätze verbrauchen muss. Aber gut, ab mit dem Film. Das brauchen sie nicht. Schön, dann stehen wir falsch. Möchtest du das jetzt? Film C. Wow. Entwicklungscode T103. Aufgrund des beschleunigten Metabolismus vergleichbar zur Serie 00 verfügt dieses Subjekt über außergewöhnliche Regenerationsfähigkeiten. PHX016 Datensatz. Genau. Okay. Im C wurde aufgezeichnet. So, jetzt ist das Ding weg, richtig? Richtig. Jetzt müssen wir noch das Spägerband wegtönen. Dann geht's wieder los. Wir müssen nämlich zum Glocke tun. Richtig. Die Kürbel einsetzen. Ach, sollen wir die nicht mal untersuchen, bevor das Ding Kurbel prüfe. Das Ende ist eckig geformt. Ist das jetzt eine Ecke? Ja, genau. Jetzt ist das eine eckige Kurbel. So, den Weg, den finde ich jetzt auch. Echt? Ja, den werde ich finden. Das ist schön. Aber es ist echt nicht schön, wenn man so 93 Billionen Mal hin und herlaufen muss, nur damit man alles eingesammelt hat. Das einzige, was wir jetzt nicht mitgenommen haben, ist ein grünes Kraut. Aber das dürfte wohl okay sein. Das wird uns irgendwann zum Verhängnis werden. Ja, wahrscheinlich. Weil uns ein Kraut fehlt. Ja. Man weiß nie, Karma kann böse sein. Oh ja. Ja. Das ist so true. Die sehen immer so schön aus mit den Prismen drauf. Mhm. Jo. Weil dafür haben wir jetzt alles. Also es kamen auch keine Cutscene unterwegs. Das Einzige, was sich geändert hat, war, dass jetzt oben, wo auch die Leiter in die große Halle ist, dass da jetzt ein Licker rumgammelt. Aber den haben wir leben lassen, sonst war jetzt nix. Der juckt uns nicht. Nö. Also bis jetzt noch nicht, ja. Mhm. Der wird uns auch so nicht jucken. Nur kratzen. Der wird uns nur kratzen, wenn es uns juckt, aber... Aber wirklich, wie so eine Katze kam der eben angeschlichen. Ja. Ey, das sind bestimmt einfach eigentlich nur Katzen. Die wollen einfach nur kuscheln und Fressi haben und ja. Ja, also würde ich auf jeden Fall das Haus hier haben wollen. Also da spricht ja gar nichts der Katze. Da ist eine Sackgasse. Liegt hier was? Hoffentlich nicht. Außer Munition, aber sonst will ich nix haben. Ach, die Musik ist so schön. Das ist nicht mal die Safe-Room-Musik. Nee, ich fand die Speicher... äh, die Speicher, diese... Ähm, na. Im Ladebild... im Ladebildschirm... im... Ach, keine Ahnung. Irgendwo fandst du die Musik auf jeden Fall gut. Genau hier in dem Bildschirm. Im Inventarbildschirm. Nennt man das so? Ja. Ich bin schon wieder durch, durch die Welt, weil, ähm... Hätte man aufnehmen müssen, so am Anfang. Das war lustig. Also, oh mein Gott. Na, auf jeden Fall ist die Kurbel jetzt weg. Ja, die Kurbel ist weg und wir haben eine Treppe runtergemacht und... Was passiert jetzt? Jetzt brauchen wir hier nicht... Jetzt brauchen wir Zahnräder, na? Eisenplatte scheint vor kurzem angebracht worden zu sein. Ja, schön. Ich glaub, wir müssen hier beim Rädchendingster... Da ist irgendwas. Da kann man was rein. Sieht aus wie ein Schalter. Wollen sie ihn benutzen? Ja, nö, bringt ja nix weiter. Oder vielleicht von Leon? Wo kriegen wir das Zahnrad her? Das Getriebe für die Uhr. Die Räder sind sauber. Okay. Also, wir haben jetzt, äh, die Kurbel. Ja, die Kurbel ist jetzt weg, ja. Scheiße. Und was jetzt? Ja, jetzt dürfen wir noch nach den Türen suchen. Wir haben den Karo-Schlüssel noch und den Kreuz-Schlüssel. Also, bitte ich dich mal kurz nachzugucken, wo die Türen sind. Scheint kaputt zu sein. Wo haben wir denn mit der Karte? Ja, da ist noch ein Treppenhaus rechts unten, wo wir nicht waren. Und da ist halt noch ein Raum. F1. Zwei Räume sogar. Stimmt, stimmt. Das war da, wo der Autopsie-Raum... Nicht der Autopsie-Raum, der... Wo diese Glasscheibe ist, wo man durchgucken kann bei der Polizei. Da war nämlich der Licker in der einen Seite und auf der anderen Seite... Stimmt. Aber die Tür, die hat sich nicht öffnen lassen. Ähm, Moment. Ich glaube, ich weiß, wie wir hinkommen, auf jeden Fall. Ja, da, wo die Dings war, die, äh, die Sneakerfrau. Ja, wir müssten jetzt theoretisch schon wieder zu dem... Äh, zu dem Raum mit der Dunkelkammer. Nur halt dann nicht da um die Ecke bei der Treppe, sondern die andere Ecke. Glaube ich gerade. I am not sure, aber I think so. I think so, too. Geh, Claire, bitte geh die Treppe runter. Toll. Dann hätten wir auch erst die Kurbel einsetzen können. Nur irgendwie hätte ich erwartet, dass bei der Kurbel eine Cutscene kommt oder so. Ja, dass sich halt irgendwas verändert. Aber dass jetzt nur die Treppe runterging, das war nicht so befriedigend. Uh-uh. Nee. Da gibt's andere Sachen zur Befriedigung. Hust, hust. Ja. Ist das jetzt hier überhaupt richtig? Sind wir hier eben dran vorbeigelatscht? Ich hab keine Ahnung. Es ist alles so fucking verwirrend. Ja, doch, ist richtig. Okay, cool. Immerhin. Aber man muss dazu sagen, ich hab schon irgendwie zwei Gläser Hugo getrunken. Deswegen. Er wirkt jetzt ein bisschen. Sind Sie noch anwesend, Herr Nico? Ja, ich lese gerade kurz ein bisschen, wo Türen sein könnten. Okay. Dann kommuniziere doch mit uns. Also, so, du hättest ja sagen können, ich bin gerade mal still, weil ich lese. Ach so, ja, äh, ich lese. Gut, dann lies. Das hier ist irgendwie falsch. Ja, genau die andere Seite. Also, theoretisch durch die, Moment, durch die große Halle praktisch. Ei, 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 das ist ein Zeug, du. Ah, hier sind sogar Karten. Die sind so, ja, aber ich brauch Claire, ich brauch nicht Leon, ihr Deppen. Ah, vielleicht bringt das, vielleicht komm ich ja selber schon hin. Ich hoffe, ich hab mich jetzt nicht vertan. Nochmal auf die Karte luken. Wir sind aber jetzt Claire B, ne? Ja, das ist richtig. Aber ich bin schon mal auf dem Weg hin zu den Türen, die wir noch nicht aufgemacht haben. Ja, gönn dir. Ich gönne uns, nicht nur mir. Ja, gönn uns. So. Kann man das auch lauter machen? Äh, lauter. Größer. So, hoffentlich ist das richtig. Lebt hier noch jemand? Drip. So, theoretisch jetzt geradeaus und um die Ecke. Bist ja schon wieder Leon. Ach man, ey, das ist doch doof. So, da können wir noch rein. Schon gar keine Ahnung mehr, was da überhaupt war, ey. Ach ja, doch, das ist richtig. Ich denke mal, auf Start wäre die Karte, aber das stimmt ja gar nicht. So, die Tür hatten wir schon, das heißt... Wir müssen jetzt einfach geradeaus, habe ich gerade gesehen. Geradeaus ist nämlich eine Tür, wo wir noch nicht... Karo-Schlüssel benutzt. Dieser Schlüssel ist jetzt nutzlos. Ja, okay, ich habe nichts gesagt. Dann, äh, good job, ne? Yay, ich wusste auch mal was. Bekomme ich jetzt einen Ordner? Ja, toll. Was ist das denn schon wieder? Leben und... Ey, wenn das jetzt nichts Nützliches ist, ne? Dann, dann, dann werde ich sauer. Sandra? Adlerstein. Okay. Ja, da müssen wir irgendwo Steine einsetzen. Definitiv. Ja, aber wo? Ja, ähm... Wüsste ich es, ähm... Würde ich nicht fragen. Leider... Das war klar. Tschüss, Kollege. Ey, dieser Gag ist so alt, Resident Evil. Warum und warum erschreckt man sich trotzdem nochmal? Mann. Da können wir jetzt nochmal kurz auf der Karte gucken, ob irgendwo noch Kreuzdings sind. Ja, hier ist noch ein. Hier dieser Bereich, wo wir nicht waren. Ja, da können wir aber... Doch, doch, doch. Wir drehen uns jetzt nach rechts und gehen geradeaus und gehen dann... Ja, das ist auch die Kreuztür. Ja, ja. Und da steht noch ein. Ja, 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 ja. Das ist Kreuz. Ein Crowd. Ha, dann haben wir ja die Lösung gefunden. Gott sei Dank. Ach, Moment. Kommt nicht auch noch die... Das ist nämlich, glaube ich, hier dieses, äh... Er ist nutzlos. Yay. Ist das jetzt nicht dieses Rätsel mit diesen Fackeln? Das sieht aus wie eher Schach. Äh, Schach war später bei der Tür. Aber Schach war bei dem Bösen. Das ist das mit den Fackeln wieder, ja. Und da ist nämlich das Zahnrad, genau. Ah ja, da ist ein Zahn... Oh Gott, was ist das denn? Völlig verwüstet. Ach, musste man dann nicht einfach alle anmachen? Äh, nee. Hä? Da liegt das... Wir brauchen das Feuerzeug. Stimmt. Schade. Oh Mann, da ist noch eine Truhe. Also, das ist so ein komischer Koffer. Das Bild eines Mannes auf einem Wagen. Da ist etwas auf dem Rad. Er leuchtet Dame, König, Bube. Und der Weg drückt auf die Tube. Der Wagen. Nicht der Weg. Ja. Kann das sein, dass ich damals auch Weg gesagt habe? Ja. Also, ich bitte dich noch mal zu reden. Ich muss mich noch mal muten. Alles gut. Also, wir laufen jetzt einfach zu der Truhe hin und holen uns dann das Feuerzeug und laufen dann noch mal hierher, weil es so schön ist und Resident Evil einfach leider keine mehrere Inventarplätze hat. Das ist schade. Ja, das ist in der Tat schade. Ach, wo ist denn jetzt hier die nächste Truhe? Die nächste Truhe ist wieder... Nee, nee, nee. Nicht wieder zu dem Speicherraum da. Das ist zu weit weg. Wir kommen hier in die große Halle und dann gehen wir da bei dem anderen Licker, weil ich laufe jetzt nicht wieder da oben lang. Ja, jetzt müssen wir die Leiter hoch. Nein, wir können auch hier... Hier ist auch eine Truhe. Nee, hier ist keine Truhe. Hier bei dem Licker ist eine Truhe. Da? Nee, nee, nee. Hab ich irgendwie im Kopf. Nee, nee, nee. Seit wann sind hier... Ja, okay. Mensch. Dann ist halt da doch eine Truhe. Aber es ist keine Speichermausmung. Nee, was wollten wir jetzt eigentlich? Das Feuerzeug, ne? Was eigentlich mit dem Messer ist, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Nee, haben wir noch ein grünes Jahr. Herr Zombie, lassen Sie mich nur kurz Kräuter mischen, während Sie hinter... Nein, nicht prüfen. Besondere Kräuter, die es nur in der Nähe von Reckon City gibt. Kann ich die nicht auf Amazon bestellen oder so? Nein. Schade. Sollen wir das erste Hilfespray mal behalten oder... Nee, komm. Wir brauchen Platz. Nein. Sind Sie so optimistisch? Ja. Am Ende sterben wir. Und ich lache. Ja, und ich weine dann. Du hast nicht zu lachen. Wenn ich weine, weinst du gefährlichst auch. Ich werde genötigt zu weinen. Ja. So eine kleine Träne kriege ich vielleicht raus. Ja, okay. Das ist dann in Ordnung. Ja. Was war denn davon jetzt? Da waren Zahlen drauf und ich glaube, das war dann in Verbindung mit dem Kartenspiel. Was waren da für Zahlen? Da waren keine Zahlen. Die sehen wir gleich, wenn der Ofen an ist. Das waren keine Zahlen. Auf den Säulen stehen Zahlen. Nein, auf den Säulen stehen... Um wie viel wollen wir... Jetzt kommt wieder die Wette wie ähnlich bei der Kreuzwette. Wir können gerne darauf wetten, dass wenn da gleich der Ofen an ist, dass dann, wenn man die Datuen anspricht, dass da Zahlen sind. Nee. Auf den Säulen stehen Namen. Also so Bube, Dame, König. Nein, steht nämlich nicht. Weil wir da nämlich auch rumgerechnet haben damals. Nee, 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 nee. Doch, 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 doch. Ach warte, das habe ich hochgerechnet, ne? Richtig. Stimmt. Ah, nee. Sie können hier ein Feuer anzünden. Ja, dann tun wir das doch mal. So, wo stehen hier die Zahl? Die Zahl 11 ist hier eingeritzt. Ja, okay, dann... Okay. Nein, wollen wir noch nicht. 11, 12 und 13. Was muss man da jetzt rechnen? Ja, das frage ich mich gerade auch. Ja, 11, 12, 13. Ja, und woher wissen wir jetzt? Ja, die Reihenfolge müsste man... Ich weiß nicht, du hattest... Was liegt da schon wieder? Ja, okay. Jetzt haben wir wenigstens... Jetzt sind wir wenigstens nicht so pessimistisch. Völlig verwüstet. Fuck. Da liegt doch irgendein... Nee, ist das ein Lotex-Lex? Ich möchte sie nicht, nee, nee. Auch wenn es so prominent aussieht, aber es ist nicht so prominent. Ja... Ja, du hattest damals gerechnet auf jeden Fall. Frag mich nicht wie, aber du hast... Was hab ich denn gerechnet? Stand da nicht irgendwo? Ich hatte gesagt damals, das wäre in Verbindung mit dem Kartenspiel gewesen. Dame hat den Wert eigentlich... Also, ich gehe jetzt von Momau aus. Dame hat eigentlich den Wert 3. Ach ja, ja, ja. Ja, Bube ist der Schlechteste, dann kommt Dame und dann kommt König. Also, Bube... Ja, aber wie ordnest du das den Zahlen dann zu? Dame ist das Zweithöchste, also 12. Dann kommt König 13 und dann kommt Bube 11. Easy. Okay. 12, 13, 11. Also, 12, 13, 11, sagst du. Genau. Weil man geht von den Werten, von den Dingern aus. Ja, stimmt. Da hast du... Ja, ich tu recht. Das war... Also, 12? 13, 11. Wir wollen ja zuerst die Dame, die ist in der Mitte. Jetzt sterben wir. 13 und dann die 11. Ha! Recht. Also, denke ich. Haben wir, ne? Ha! Sag ich ja. Easy. Ja. Plopp. Sehr gut. Hi. Das ist Mr. X? Mhm. Hallo. Was wollen sie denn hier? Aber der ist sonst nicht da rausgegangen, ne? Goldenes Zahnrad mit mir. Mi, 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 mi. Mie, mi. Können wir denn jetzt nach meiner Theorie endlich mal töten? Ja, was heißt endlich mal? Also, ich hab echt gedacht, so der verfolgt uns die ganze Zeit. Und jetzt sehen wir ihn erst das zweite Mal wieder. Das ist voll lame. Kommt der eigentlich aus der Tür raus? Ja, ich warte jetzt bestimmt nicht so lang, bis er kommt. Bestimmt. Oh, der ist eingerissen, ne? Ja. Mhm. Ja, ähm. Die geht drauf doch. Ah, rennen! Ey, der hat uns ganz schnell Schaden gemacht, ne? Mhm. Kein Wunder, wieso da ein Gesundheitsspray war. Oh mein Gott. Das ist, äh, bremslich. Der kommt doch hier gleich bestimmt wieder irgendwo raus. Durch die Wände. So, Glockenturm. Glockenturm durch die Bibliothek hoch. Naja, das, das weiß ich. Oh Gott. Und dann Zahnrad einsetzen. Und Mr. X wird wahrscheinlich nochmal auftauchen. Das Feuerzeug kann weg. Müssen wir das echt wegpacken? Ja, wir brauchen es doch jetzt nicht mehr gerade, oder? Wir haben es ja jetzt gerade nur einmal gebraucht. Weil irgendwie möchte ich bitte andere Munitionen und, äh, nochmal Heilung. Ja gut. Ach, nö. Ich hätte jetzt gelacht, wäre mir getötet worden. Ach, hier liegt doch im Übrigen noch was. Lieber mich wieder. Das war eigentlich. Denn. Das war ja mich. Und das war ja noch das war ja immer wieder. Ich hab mich wondering, wie jetzt will ich ja noch was. Und das war ja noch mal aus. Vielen Dank.